Vom Artillerie-Sargenten zum Friedensstifter George Mysore ging als 17-Jähriger zur US-Armee und wurde Sargent bei einer Artillerieeinheit im Vietnamkrieg von 1965 bis 1973. Nach einer Verwundung entschied er sich, den Rest seines Lebens dafür einzusetzen, Kriege zu verhindern und den darunter leidenden Menschen zu helfen. Er verweigerte den Dienst, gab seine militärischen Auszeichnungen zurück und protestierte gegen den Krieg. Dafür musste er in den USA für zwei Jahre ins Gefängnis. 1993 gründete er mit einem Freundeskreis das Dorf der Freundschaft, ein internationales Versöhnungsprojekt. Bis zu seinem Tode am 18.03.2002 kämpfte Mysore selbst mit den gesundheitlichen Folgen des Krieges, weil das damals von den US-Streitkräften versprühte Entlaubungsgift Agent Orange auch seine Gesundheit ruiniert hatte. Das Dorf der Freundschaft bietet jedoch noch heute über den Tod seines Gründers hinaus Hilfe und Unterstützung für Menschen, die unter den Spätfolgen des Vietnamkrieges leiden. Zitat von Samuel Johnson, dem englischen Gelehrten, Dichter und Kritiker. Große Werke werden nicht durch starke, sondern durch beharrliche vollbracht.